Boah, war das scheiße. Jupp, aber ein Genie wie dir beim Problemlöwen zuzusehen ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkt trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ishi's Aftershave. Eine wunderschöne Gute Morgen. Für mich ist es ein Morgen, weil ich mir das Video schaue. Wir haben es gerade neuner Morgen, es ist ein Donnerstag. Nice. Muss ich jetzt auch so lange laufen wie ihr? Wenn möglich wird, darüber zu kommen. Ja, glaub schon. Hauptsache du bist dabei leise. Äh, leise? Okay. Ich bin sehr leise. Ich gucke hier die ganze Zeit, ob irgendwelche Roboter hier sind, die wir zerstören können. Oder allgemein das Ding gar nicht mal kaputt machen können. Was für das Punkte hergibt. Wir nehmen jetzt mal dieses Teil hier und haben 3500 Punkte. Da kann ich sicher was aufwerten. Radon. Upgrade. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Magazin, weil die ist auch großartig. Aha, wir erkennen hier, haben wir uns hier ein bisschen Magazin, weil das einfach OP ist. Und hier haben Munition. So. So, super. Dann wurde er hier. Okay, zurückgibst ihn ja. So. Herzlichen Dank, dass ich heute gekillt habe. Was ist denn das hier für ein Ding? Oh. Ich will wieder snippen. Bis früher morgens. Hä? Was ist sie verloren? Wow, 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 wow. Oh wow 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 Oh ja, ist doch ein Infusionsteil Hätte ich vorher sehen müssen Ich habe leider keinen getroffen, das ist ein Kacke hier Doch! Aua Was hat denn der da für eine wunderschöne Waffe? Oh Kann ich schließlich aufnehmen Was auch an hier Ganz, ganz sneaky, wie Geheimagenten Bist du durch das Gebäude durch? Oder es vielleicht zerstören? Ich bin auf Dauerhaft Achtung! Ich bin auf Dauerhaft Achtung! Manchmal ist Zerstörung der einzige Weg Wenn du meinst Ja, sowieso nicht nur gute Allerdings kann ich ein bisschen Bei Geheimagenten Weil ich jetzt halt gesagt habe Das bist ja du Ich schätze Mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt Venus Menschenfresser Ihre Laute verraten ihre Standorte Die Flora hier ist mutiert Ein Großteil ist empfindungsfähig In meinem ersten Triff wurde die Hälfte meines Brots gefüllt In meinem ersten Triff wurde die Hälfte meines Brots gefüllt Sauber one-hitting mich Alles klar Es gibt jetzt Pflanzen die one-hitting Alles klar Ganz, ganz Ballstorm funktioniert nicht mehr Ähm Alles klar Alles Dann, 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 dann würde ich mal sagen Ich starte das Spiel neu Hä? Wieso habe ich jetzt Ballstorm funktioniert nicht mehr? Hat die Pflanze auch ein Ballstorm gefressen oder was? Ist ja interessant so aus Steam Bibliothek Bulettenstorm Hä? Was war das denn jetzt? Ist ja mega behindert Ist ja mega behindert Ist ja mega behindert Ah, ich vergess aber den Haken da unten Vergesse den Also, was auch mal jetzt gerade passiert ist Keine Ahnung Ich weiß noch kurz schon von meinem, ähm Äh, wie heißt denn das? Frühstücksorange trinken Boah Aus dem Sektglas So wie sich das gehört So 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 Ah Gags Aus dem Sektglas So wie sich das gehört So sind wir ja schon gemorrt Ah Wir hätten ja keine Punkte Egal Ich bin ja auch schon hier entgegen Was auch gleich hier aus Fech Ich schätze Ich schätze Morgende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt Du bist jetzt tot, ne? Du bist jetzt tot, ne? Ich würde sagen Bei denen läuft irgendwas schief Aber gewaltig schief Aber gewaltig schief Äh Wir gehen dann gleich weiter Da Da können wir nicht hin Da kommt das her Ich dachte wir hätten so einen Roboter den wir äh äh killen können und heik Und er hat nochmal vier gedreht Auf dem Fall gibt es jetzt nicht mehr Auf dem Fall gibt es jetzt böse Pflanzen Hier gibt es auch nicht mehr, ne? Alles klar Achso, er kann greifen. Hui. Ja, gib mir gleich einen Schuss in die Fresse. Nein, die wird nicht getrickst. Wie, ich hab nicht getroffen. Na dann halt jetzt. Was? Ist nicht möglich. Ich seh nur zwei Gegner, aber was mach ich hier eigentlich? Wir zwei sollten jetzt nicht weg, hier noch eine Show abzuziehen. Nein, Zwischensequenz. Scheiße. Hätten wahrscheinlich noch voll viel machen können. Da ist sie. Ich hab das Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Den General beschützen. Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Darf. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Verdammt! Lass sie euch da! Ebenkulier! Hör mir genau zu. Du post, was ich sage. Beim nächsten Verrat brich ich dir das Genick. Bettis! Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Und zwar mir. So, ich will in das Gebäude hier rein. Ach, hier ist nur Munition? Ich dachte, wir finden hier viel mehr. Wir sind für Sie da. Ähm. Das geht kaputt. Äh. War jetzt nicht so geplant. Äh. Ich wusste nicht, dass das Ding kaputt gehen kann. Was denkst du, ist hier passiert? Solarstrahlung überschwemmt er den Ort. Sie haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Dann schieß. Ich hör sie. Ich seh sie aber nicht. Wie viele Punkte haben wir? Ah, 500. Lohnt sich nicht. Aha. Lügenpresse. Ich finde es ja schön, dass wir hier zwischen Pfeile, äh, geben. Wo ich hin muss. So, jetzt geht's los. Wapp' mal. Dann kann ich ja das hier machen. Ja, schönes Ding. Mal wieder ein paar coole Gegner. Aua. Den Typik geben wir gleich. Da ist so ein Tank von denen. Aber zwei Schüsse und der ist weg. So, zack. Ups. Fähig ist ein Flugobjekt. Wo kommen diese ganzen Kakteen her? Und da ist ein Flugobjekt. Boom. Oh, Ishi, jetzt bist du. Sauberes Ding. Wo seid ihr? Oh, ihr arbeitet ein Flugobjekt. Oh, ich bin sicher. Oh, das ist ja ein Flugobjekt. Oh, das ist es au Startにな іscht. Oh, das ist lecker 我armer. Oh shit, Nuss, da kommt er mir. Was ist das für ein Vieh? Hey, da war viel aus, das Ding. Oho. Aber ich weiß nicht, ob ich es lohnt habe, hier Sachen wegzuzmeißen. Egal, es ist eine neue Waffe. Aber wir darf ja echt diese Waffe hier opfern. Na gut. Machen wir einfach mal. Dunkelheit, ich komme. Ich hoffe, du bist bereit für mich. Dunkelheit. Oh Gott, ich sehe schon noch mehr Pflanzen. Menschenfresser, okay. Wir lieben die Enge. Okay, Engegänge und Pflanzen fressen. Ne, Pflanzen. So sehe ich diese Folge. Mal nicht gegengetreten. Die Psychotropen, dissoziativer in diesen Dingern, verursachen aggressive Halluzinationen. Eine Antifriedenswaffe also. Ja, in Affensprache, ja. Der Typ hat doch sowieso schon Aggressionen. Ich muss kurz hier ein bisschen von meinem Orangensaft trinken. Gehen. Zauber. Wird auch nicht, dass sie immer sagt, wie eine Versorgungskapsel so nahe ist. obwohl sie sowieso kaum zu übersehen sind. So was haben wir denn hier. So, direkt upgrade das Teil, den wir auch schon direkt bekommen. Wollen wir hier nicht übersehen. Wir haben wahrscheinlich schon voll viel übersehen, aber ich nehme Mühe, vieles zu beachten und vieles zu sehen. Ja, die schlagen sich gegenseitig. Oh, wir können da hoch. Oh, wir gehen jetzt noch durchs Tor. Saubere Arbeit, Ichi. Ähm. Geschafft. Was zur... Was für eine Scheiße war das denn? Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe. Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen. Du bist also ganz allein da raus? Wie du willst, Schwester. Aber ich... Meine Peitsche empfängt was. Ha. Dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal. Verdammt. Er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell. Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest. Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin. Ja, ne? Jetzt weiß ich noch mehr von diesen Pflanzen. Alles klar. Muss ich jetzt Angst haben vor jeder Pflanze hier? Erstmal treten. Ich gebe dir mehr Liebe, als du verkraften kannst, Punk. Wirst du mir sicher, dass deine Kanone groß genug ist? Die Größe ist nicht entscheidend. Das kommt nur auf die Technik an. Da glaubt das durch. Komm in die Gänge. Ichi hat nicht mehr viel Zeit. Wie, Ichi hat nicht mehr viel Zeit. Ich hab genug Zeit. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wie, dass wir ein großes Aria im ganzen Kopf, weil hier äh, Bier finden oder so ein Nachrichtenroboter. Bam. Oh, oh, ich stelle drauf, wenn du stöhnst. Oh, Toll, ich hab mich selber gegeben. Au, 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 au. Ja, hei, war klapp. Weissippiよし. Kommt nochmal so. Was würde ich passieren, wenn ich diese Kombo noch mal da rummache mit denen? Warte mal, das machen wir mal. Nice. Die ist jetzt aber nichts mehr, ne? Stopp, wir können ihm mal gehen. Oh Gott, der ist ausgewichen. Oh oh. Schießt ihr jetzt gegenseitig ab? Oh mein Gott. Dann gehen wir dir einfach mal entgegen jetzt. Nein, warte, geht ab. Hä? Wo bist du? Oh oh oh. Aua. Das ist nicht gut. Danke für den Optimismus. Du bist wirklich mitfühlend. Oh, hier scheint jetzt nichts mehr zu sein. Doch, hier ist ne Waffe. Bisschen Munition. Und hier ist ne Paija. Äh, ich mein so ne Rettungskapsel. Dann rüsten wir mal direkt. Ja, das ist unsere Hauptwaffe, da holen wir uns direkt mit Munitionen für. Ähm. Einmal da ist, was können wir noch holen? Nichts eigentlich, ne? Habe ich die Waffe eigentlich überhaupt noch? Verkomme ich schon dann nach der Munition, ey. Was will ich mal haben? Ach, Rita-Typ wieder am Start. Was bist denn du denn, Ehekligers? Egal. Wie gern weiter. Die Pflanzen scheinen diesen Teil der Welt erobert zu haben. Wie doll ist, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle. Ich will mal nachhelfen. Sauberes Ding, ey. Leider, weil leider. Lädst du? Lädst du? Lädst du? Ops. Egal. Hat getroffen, okay leider?